Auf der Registerkarte Startgruppenbeschriftung aus dem Dropdown-Menü-Befehl aktivieren Bogenlänge. Auf dem Zeichenfeld bewegen Sie den Mauszeiger über das Objekt, drücken Sie die linke Maustaste, bewegen Sie den Cursor, stellen Sie die Position der Bemaßungslinie ein, drücken Sie die linke Maustaste. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Drücken Sie die rechte Maustaste aus dem Dropdown-Menü-Befehl aktivieren Eigenschaften Bogenlänge. Untertitelung des ZDF für funk, 2017